happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.gamble ich spiele heute mal wieder mech arena wettbewerb ist heute leider nicht erst für drei stunden und ich würde einfach zwei gegen zwei spielen viel spaß die erste runde geht los zwei gegen zwei der heck ist ein mpc also mein mitspieler ist ein mpc und beim gegner weiß ich gar nicht nicht so drauf geachtet das ist mpc und da glaube ich auch also ich spiele gegen zwei mpcs auch gut weil ich muss nämlich sechs siegel in folge haben und das wird schwer sechs siegel in folge sechs siegel in folge ob ich das heute überhaupt schaffe das war noch kein sieg ich nehme jetzt mal den hier dran ich gehe hier oben lang nach lang ich gehe hier oben Schnell verstecken. Sieht schon mal gut aus. Okay, ich hoffe die anderen fünf Hunden, die ich noch spielen muss, will ich gleich alle miteinander durchziehen. Sind auch gegen NPC. Schnell schauen, bester Spieler. Okay, gut. In die nächste Runde. Ach, jetzt sind Spieler dabei. Nur Spieler. Mit denen habe ich heute noch nicht gespielt. Ah. Ja. Das war ein bisschen doof gespielt. Naja, was soll's. Noch haben wir nicht verloren. Ach nö, nicht diese Waffe. Ja. 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 Okay. Ah! Hat er mich doch noch erwischt. 4-4 5-5 Okay. 6-5. 1-0 War knapp, aber wir haben nur noch die Kurve gekriegt. Schnell weg da. Ah! Ich... Den da hasse ich. Die Waffe, die ist so kacke. Ah! Okay, vielleicht krieg ich den ein an den auch noch. Input in Fire Input in Fire Humiliation Well done Input in Fire 3, 2, 1 Schare 4, 5 Schare 1, 2, 1 Schare 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 3, 2 Schare das war gut schöner sieg nicht viel gemacht aber gut gespielt so dann würde ich mal sagen ich war nur das zweitbestes spieler reicht mir aber auch der sieg war anstrengend dann sage ich mal bis gleich in der dritten runde ok die dritte und letzte runde für heute also für youtube läuft jetzt nachladen dahinten ist er nachladen 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 Und... Down. Nice, nice. Läuft schon mal sehr gut. Nicht, dass er hier vorne spawnt. Da hinten ist er. Das war schon die dritte Runde. Wann zwei schnelle, die eine hat ein bisschen länger gedauert, glaube ich, war das, ne? Egal, aber wir haben dreimal gewonnen. Gut, schauen wir uns das Ergebnis an. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn auch noch nichts mehr dabei sein. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Nummer 1. Ja. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.